Ja, herzlich willkommen. Plus 6, unser Neuzugang. Fast fabrikneues Auto in einem unglaublich schönen dunkelgrünen Metallic mit einer Wahnsinnsausstattung bis hin zu einem 11.000 Euro teuren Haartop. Die genaue Ausstattung, die erschöpfende Ausstattung kann man bei uns auf der Homepage auf autohasselberg.de nachlesen. Also wer so ein Auto sucht gerade und ein perfektes komplettes Auto sich zulegen möchte, dem es auf die paar tausend Kilometer, ich glaube 9400 Kilometer hat das Auto jetzt gelaufen, keinen Wert legt. Aus erster Hand in einer fantastischen Farbgebung, dann ist er hier gut aufgehoben. Ja, unser Silberpfeil ist verkauft. Der muss noch ein bisschen hier bleiben. Hier passt kein Blatt Papier mehr dazwischen. Und der zweite Le Mans ist ja auch verkauft. Der erste, der wurde heute gerade per Spedition nach Süddeutschland abgeholt. Und frei wäre jetzt verkäuflich der Plus 6, dieser hier, über den wir gerade gesprochen haben. Dann dieser Stingray Tarnkappenbomber mit 18 Zoll Speichenrad. Ein sehr spezielles Auto im Nachtdesign. Wäre noch frei. Auch ein sensationelles Auto mit relativ wenig Kilometern. 286 Mustang, Ford Mustang PS. Dann haben wir hier einen neuwertigen BMW Z1 aus dem Jahre 1990. Das Auto wurde ja drei Jahre gebaut von 89 bis 91. Das ist ein etwas höheres Produktionsdatum, späteres Produktionsdatum. Neuwertiges Auto mit knapp 9000 Kilometern Laufleistung zu einem Sensationspreis. So nirgendwo zu bekommen. Ja, besuchen Sie Europa, solange es noch steht. Fahren Sie morgen, solange es noch geht. Ciao, ciao!